Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Shock Nuketown 2025 ist angesagt und ja es geht schon gleich los sag ich doch und los und los geht's genau sag ich doch oh oh geiles Teil hab trotzdem leider nicht den Typ hier getroffen schade das Auto macht mich platt Alter ist das stark die bitch da ist einer da ist einer ohne assistant bringt mir auch nicht viel na dann da war einer da war einer der rammelt hier rein der rammelt hier rein ich zehre nicht um oh drei auf einmal da brauchen sie drei Leute um mich zu bändigen so schwierig bin ich wow immerhin ein wie steht's wie steht's zwei zwei sechs oh das ist schlecht na klar die Granaten sind hier auch ziemlich stark Achtung feindliche Hande überdrohnt seht ihr irgendwie ballern sie hier nur noch mit Granaten hört das alle paar Minuten oder paar Sekunden kommt hier eine Granate ist schon abgefahren bei so einem kleinen Gebiet hier was da an Granaten verbraucht wird ach manno schade nein ich bewege mich jetzt nicht ah ich dachte das ist mein Kollege du Verräter bist auf die andere Seite gewechselt nun muss ich sterben Tollge boah geil das nehmen wir uns doch gleich mal die schöne Kiste wäre sonst keiner na immerhin haben wir jetzt mal was schönes im Gepäck na dann los cool ah man schade wirklich schade na gut dann nochmal ich schieße und schieße und schieße und ich treffe keinen so jetzt gehen wir hier unten durch gehen hier rum gucken zack und den kriegen wir nicht doch den kriegen wir wow endlich und noch einen ja sehr schön durchlöchert fuck you so nachladen ach ne Niederlage das ging aber schnell schade ja das wird eh meine Statistik zerstören 515 pfuh 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 alter Schwede bin ich schlecht gut vielleicht werde ich beim nächsten Mal besser bis dahin und tschüss bis zum nächsten Mal